Wenn ihr Bock habt, mich in die Kirschblüte von Mülheim-Kerlich zu begleiten, hier mit der Mavic Mini und dem Osmo Pocket, ich drehe mich mal, schaut mal, ich stehe mitten in so einem kleinen Kirchenhain, Kirchenfeld hier drin, dann bleibt dran, schaut euch den Vlog an, bis zum Ende, ciao! BANG! Hallo Leute, hallo YouTube! Leute, ihr seht mich hier in Mülheim-Kerlich, beziehungsweise zwischen Kerlich und Kettich im Kirchenanbaugebiet und wir haben jetzt gerade Kirschblüte und ich hatte euch ja versprochen, dass ich mit euch hier, mit der Kleinen und auch mit der Anafi, ein paar schöne Drohnen-Cinematics von der Kirschblüte in Mülheim-Kerlich machen möchte. Mülheim-Kerlich ist ja eines der größten zusammenhängenden Obstbaugebiete in Deutschland und jetzt gerade bei dem Wetter, trotz Corona blühen trotzdem die Kirchenbäume und es ist immer eine wunderbare Zeit. Letztes Jahr habe ich das verpasst, dieses Jahr möchte ich das nachholen und euch mitnehmen, erstmal in die Luft und dann natürlich auch am Boden mit dem Osmo Pocket für ein paar schöne Cinematics hier in der Kirschblüte. Ich würde mal sagen, ich will auch gar nicht lange reden, genießt den Flug, genießt die Cinematics und dann hören wir uns dann gleich nochmal wieder. backましょう. in der Kirschblüte auch Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da könnt ihr mal gucken. So sieht das aus. Hier unten ist der normale Baum und hier oben drauf ist dann die Veredelung. Und der ist auch schon richtig alt. Also der ist schon ein bisschen älter. Ich würde mal fast schätzen, dass er so alt ist wie ich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen totalen Mist erzählt, aber ich glaube, das hat mein Opa früher so gemacht. Also wie gesagt, Obstbaum veredeln. So, da könnt ihr mal sehen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Obstbäume bestäubt werden. Und wir hatten ja so ein Problem mit den Bienen, aber momentan sieht es hier ganz gut aus. Und hier haben sie auch hier so mobile Bienenkisten in die Felder gestellt. Das machen die Imker und die Bauern ganz gerne, damit auch die Obstbäume richtig gut bestäubt werden. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020